Selena Gomez und Benny Blanco sind verliebter denn je. Erst kürzlich gestand Benny, er könne sich vorstellen, Selena zu heiraten. Seitdem kursieren Verlobungsgerüchte um das prominente Paar. Im Vanity Fair-Interview reagiert Selena darauf und macht Scherze über Bennys Ehrlichkeit. Ob auch sie an eine baldige Hochzeit denkt, bleibt offen. Allerdings zeigt sie sich im Gespräch sehr verliebt und bewegt. Sie betont, noch nie zuvor auf diese Weise geliebt worden zu sein. Doch neben der Liebe gibt es auch ernste Themen in ihrem Leben. Eine Schwangerschaft ist für Selena wegen gesundheitlicher Probleme riskant. Sie gesteht, dass dies schwer für sie zu akzeptieren war. Dennoch sieht sie optimistisch in die Zukunft und denkt über Leihmutterschaft oder Adoption nach. Bereits vor zwei Monaten berichtete eine Quelle, dass die beiden über gemeinsame Zukunftspläne sprechen. Selina sei sogar bereit, für Benny nach New York zu ziehen. Es scheint, als hätten die beiden eine klare Vorstellung von ihrem Leben zusammen. those von ihnen Untertitelung des ZDF für funk, 2017